Heute ist Sonntag, der 9. Juni 2013. Ich stehe hier wieder auf dem Weinberg in Hitzacker. Wie man sehen kann, im Vergleich zu gestern, ist der Wasserstand doch einiges höher schon. Auch da hinten am Deich kann man es sicher gut erkennen. Ich weiß auch gar nicht, ob das da hinten gestern schon so überflutet war. Guckt mal da. Was haben sie da denn jetzt aufgebaut? Nicht so gut. Das war's ganz gut. Fah, es ist das zu da. Guckt mal da. Oh. 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 Ich habe einen Schraub, einen Schraub und einen Schraub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017